Du träumst davon, mit 30 Kindern gleichzeitig zu musizieren, ihnen die Welt zu erklären und mit zwei Armen fünf Dinge auf einmal zu machen? Ja, ich träume davon, mit 30 Kindern gleichzeitig zu musizieren, in die Welt zu erklären und mit zwei Armen fünf Dinge auf einmal zu machen. Du hast ein Talent, weinende Kinder und ihre überforderten Eltern gleichzeitig zu managen? Ja, mit ganz viel Liebe und Ruhe. Jetzt ist es auch mal gut mit dem Gefläne. Dann bewerbe dich für deinen Traumjob und werde Erzieherin. Ein Knoten ist noch einfacher als eine Schleife. Mit einem Gehalt von 2.195 Euro brutto kannst du zwar deine eigene Familie kaum ernähren, dafür machst du aber andere Kinder satt. Wenn Sie sich noch heute bewerben, garantieren wir Ihnen einen völlig unsicheren und unbefristeten Ein-Jahres-Vertrag und zusätzlich eine Kita mit 30 Kindern ganz allein für Sie, ohne stressige Kollegen. Mehr erfahren Sie auf www.wer diesen Job zu diesen verkackten Konditionen machen will, ist selber schuld.de.